Untertitelung des ZDF, 2020 Einsturz eines Kirchturms. Ein Baukran ist auf das Kirchendach gekippt. Mehrere Personen wurden dabei verletzt. Bergen und versorgen sie alle Opfer und transportieren sie sie ab. Vorsicht! Kirchturm und Baugerüst sind stark beschädigt. Es besteht die Gefahr eines weiteren Einsturzes. Äh, okay, das heißt, wir brauchen einen Rüstwagen. Äh, Atemschutz brauchen wir nicht. Hä? Fahrzeug eingetroffen. Ich brauche... Jawohl. Ernsthaft? Für den ersten Einsatz sind sie zu nah? Warum... was ist denn hier? Fahrzeug 1 hört. Äh... Dann darfst du jetzt... da bitte... Oh, schon mal aussteigen? Aha. Okay, machen wir. Vorsicht! Das Baugerüst scheint wenstablich zu sein. Aufgepasst! Sieht so aus, als ob da gleich noch ein Teil rausbrechen könnte. Aha. So, das heißt, wir bauen schon mal auf ein bisschen. Und da ist... noch was. Was ist denn da? Kann ich... Ey! Shit! Wir haben eine neue Situation. Es sind Brände ausgebrochen. Aha. Okay. Äh, äh, äh... Komm, da... Und du... Christ... Oh. Äh, Person wegführen, bitte. Wird gemacht. Wie sieht's mit dir aus? Wird ausgeführt. Du kannst dich schon mal darum kümmern, bitte. Was gibt's? Oh, ich darf bitte... Ablegen. Äh... Ausrüsten. Aber dann möchte ich einen Feuerlöscher haben. Ich bin unterwegs. Ey! Ist denn Arbeit? Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt. Und dann bitte da löschen. Ja? Fahrzeug 2 hört. So, ab zum Hauptquartier. Dann machen wir das nämlich jetzt mal ein bisschen anders, als das Spiel es möchte. Ne? Weil wir haben ja noch eine Person. Ne? Ey! Aussteigen. Ja? Bin unterwegs. Ja? Ausrüsten. Los gemacht. Und du fängst hier bitte auch an zu löschen, ja? Ja? Ja. Gehen auch noch. Ja? Wollt ihr den auch mal aufnehmen? Hm? Die Brände könnten aus der Kontrolle geraten. Reden unter den Gebäude der Stadt finden. So, du. Ja komm. Dann kriegst du jetzt einen Feuerlöscher. Du holst den Hydranten. Ungefähr da. Oh, ihr habt den schon dabei. Das heißt, wir holen uns... Wir haben noch zwei. Wir haben noch zwei Patienten, die versorgt werden müssen. Wir haben noch zwei Patienten, die versorgt werden müssen. Verstanden. Schon unterwegs. Verstanden. Oh, da bitte löschen, ja? Fahrzeug 4. Oh. Höre. Wir sind außen. Bin und bewegt. Fahrzeug 4. Fahrzeug 5. Höre. Die Person ist auch schon wieder aufbereitet, ne? Du sollst da doch löschen. Das habe ich dir doch gerade schon gesagt. Höre. Wird umgehen durch Fahrzeug 5. Das habe ich doch gerade schon gesagt. Und die Personen sind behandelt. Ja, der Notarzt darf wieder aussteigen. Ihr dürft rein. Ab zum Hauptquartier. Fahrzeug 4. Oh. Und... Auch ab zum Hauptquartier. Und ich muss ein Einsatzteam hinschicken, um den Notarzt wieder mitzunehmen. Damit haben wir das gleiche Spielchen wie sonst auch immer. Gute Arbeit. Alle Opfer sind abtransportiert. Aha. Scheiße. Höre. Bin unterwegs. So. Einsteigen bitte. Liebe Ärztin. Fahrzeug 6. Und ab zum Hauptquartier. Weil wir haben jetzt hier... Eigentlich... Du fängst von hier bitte an, ja? Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Ey. Erst da löschen. Ja? Aber das sieht gut aus. Ich bin zu schade, dass ich hier nur drei Plätze habe. Aha. Aber das sieht sehr gut aus. Aha. Die Brühe-Wände werden jetzt auch gelöscht. Ist doch mal ein bisschen länger. Oh. Ja. Ja. So. Alle ab zum Hauptquartier. Sie haben ihren ersten Einsatz hervorragend bewältigt. Sie sind mit der neuen Situation nach dem Brandausbruch sehr gut zurechtgekommen. Schnell und effektiv gearbeitet. Mhm. Sie weiter so. Ich bin gut. Ich habe zwar ein bisschen mehr Budget benötigt, aber... PP. Aber es hat funktioniert. Es hat einfach ganz entspannt funktioniert. Hihihi. Das heißt, ich bin doch gut, oder? Ich bin doch gut. Hihihi. Hihihi. Und weiter. Ab in die nächste Mission. So ein Mist. Aber gut. Bis bald.